Während in Österreich mit Februar eine Impfpflicht gelten soll, gibt es in anderen europäischen Ländern heftige Debatten über deren Einführung. In Deutschland nimmt derzeit die Auseinandersetzung darüber an Fahrt auf. Auch in Italien wird darüber diskutiert. Für bestimmte Berufsgruppen herrscht dort bereits die Pflicht zur Corona-Impfung. In Großbritannien hingegen lehnt die Regierung von Boris Johnson eine Impfpflicht kategorisch ab. Impfen sei Privatsache, heißt es dort. In Deutschland wird derzeit eine Impfpflicht heftig diskutiert. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt am Sonntagabend im TV-Sender der Bild-Zeitung. Ich würde das auf keinen Fall mehr ausschließen und tendiere dazu zu sagen, das hilft uns jetzt nicht akut, aber wir müssen uns einer Impfpflicht nähern, das ist so. Auf Twitter schreibt Lauterbach, die derzeitige Corona-Politik in Deutschland sei erfolglos, es sei zu spät reagiert worden. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU kann sich laut dpa angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen eine allgemeine Impfpflicht vorstellen. Ich war immer eigentlich ein Gegner einer Impfpflicht, sagt der Montagfrüh dem Deutschlandfunk. Ich glaube aber inzwischen, dass wir relativ schnell über dieses Thema sprechen müssen. Eine Impfpflicht werde nicht heute und morgen helfen, aber sie sei der Weg aus der Pandemie. Ich persönlich bin inzwischen als Ultima Ratio tatsächlich für diese allgemeine Impfpflicht, so Holecek. Darüber müsse relativ schnell in Berlin gesprochen werden. Es brauche eine bundeseinheitliche Lösung. In der vergangenen Woche hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder für eine allgemeine Impfpflicht plädiert. Die CSU-Spitze steht nach Worten Söders von Montag klar hinter der Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht. Es habe dafür große Zustimmung gegeben, sagt Söder nach einer Videokonferenz des CSU-Vorstands in München. Es habe niemanden gegeben, der eine Impfpflicht abgelehnt hätte. Auf Dauer werde nur eine allgemeine Impfpflicht helfen, so Söder. Auf Dauer sei das auch der Weg, um gesellschaftlichen Frieden zu schaffen. Eine partielle Impfpflicht schaffe Ungerechtigkeit. Ich glaube, wir sollten jetzt die Debatte führen, sagt Söder. Die Impfpflicht müsse dann rechtzeitig vor der nächsten Welle kommen. Aus der aktuellen Debatte will sich die scheidende deutsche Regierung unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel heraushalten. Diese Diskussion über eine etwaige Impfpflicht sei jetzt aufgekommen, da deutlich geworden sei, dass man mit Aufklärung und Werben für die Impfung allein nicht weiterkomme. Das sagt Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. In der Slowakei hingegen ist am Montag ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft getreten. Die Slowakei hat eine der höchsten Infektionsraten der Welt und eine der niedrigsten Impfraten der EU. Auch in Ungarn spricht man sich derzeit gegen eine generelle Impfpflicht aus. Eine Impfpflicht, die im Gesundheitswesen bereits länger besteht, wird nun auf den öffentlichen Dienst ausgeweitet. Die britische Regierung unter dem konservativen Boris Johnson lehnt eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab. Sich impfen zu lassen, sei eine persönliche Entscheidung, sagt Gesundheitsminister Sajid Javid der BBC. Es liegt an Österreich und anderen Ländern zu entscheiden, was sie tun müssen. Wir haben das Glück, dass es in diesem Land viel weniger Menschen gibt, die bei Impfungen zögern als an der Orts, so der britische Gesundheitsminister. Auch in Italien wird über eine Impfpflicht diskutiert. Die Sozialdemokraten sprechen sich für die Einführung einer Impfpflicht nach österreichischem Vorbild aus. Österreich ist das erste Land in Europa, das die Impfpflicht eingeführt hat. Auch in Italien sollte eine Pflichtimpfung zum Schutz vor dem Virus notwendig sein. Die Zeit zum Handeln sei jetzt.